Hey Leute, wie ihr wisst, ist ja noch ein Platz bei uns frei. Genau, und du könntest jetzt zwischen uns sitzen. Ja, was wir uns von dir wünschen und was du dafür machen musst, das sagen wir dir gleich in der Küche. Du möchtest hier mit uns in dieser Küche stehen? Und bist mindestens 18 Jahre alt und lebst in Berlin oder Umgebung? Und kannst du uns in drei Minuten zeigen, wie man geile gepimpte Instant-Rahmen macht und uns auch noch dabei zeigen, wer du bist? Dann pass gut auf, das solltest du mitbringen. Interesse an Kochen und Essen, Hunger und Neugier auf Rezeptideen und auf alle Zutaten, auch Oliven. Erfahrungen mit Videoproduktionen für YouTube, TikTok und Instagram. Hast du vielleicht schon eine eigene Community? Ah ja, moderieren solltest du auch können. Hast du jeden Dienstag Zeit und Bock, mit uns in dieser Küche zusammen zu kochen? Manchmal backen wir auch. Nur manchmal. Meistens essen wir. Dann bewirb dich ab sofort und lade dein Bewerbungsvideo ungelistet bei YouTube hoch. Andere Uploads und Videos, die länger als drei Minuten sind, werden nicht berücksichtigt. Alle Infos findest du auch nochmal auf unserer Homepage. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und das hier erwartete ich. Aua! Ein Punkt für mich. Zack. Fertig ist, Banat mit am Stil. Das stand Rosenstrauß, nicht Rosenkohl. Nein, das kann andersrum. Nein, lass mich essen. Ja, nice. Und lasst euch gerne einen Like und einen Kommentar ab, wenn es euch gefallen hat. Was? Lauft ihr! Es reicht, es reicht jetzt. Nein. Nein, nein. Ah, mein Rücken. Das hört dann alles auf. Nein. Boah, ich glaube, ich war noch nie so stolz auf einen Kuchen. Hallo. Da, da, da. Fertig. Boah, ist der flüssiger. Wir kippen jetzt. Du hast eingeatmet. dann das bekommen uns kennenzulernen wir freuen uns auf deinem bewerbungsvideo und auf dich bis